So und Halli Hallöchen Willkommen wieder zurück liebe Freunde hier bei Angry Birds Apec Ich will ganz kurz noch diese kleinen Zusatzstationen machen die hier überall sind Und dann können wir uns langsam dem Endgegner widmen Ich denke mal es wird auch gar nicht mehr so lange gehen Es sind ja mittlerweile schon 48 Parts, wenn ich jetzt einfach mal lügen darf Ich weiß es nicht genau, jedenfalls sind es eine ganze Menge bisher schon Und es sind schon wieder beschissene Zombies habe ich gerade gemerkt nachdem ich meinen ersten Angriff gemacht habe Äh meinen ersten Angriff gemacht hatte Ach Menno, net auf Zombies, ich mag euch nicht Hatte gar kein Gift Schaden bekommen, ist das denn ernst? Ich glaube nicht, oder? Seria, mega Abfuck gewinnen, 258, wie viel Schaden macht's? 250, yeah Na das passt doch wunderbar, oder? Gut, da kann man uns mit der Baden einmal heilen, mit dem Parlin einmal angreifen, um uns zu heilen auch nochmal Und dann ist die Runde auch schon wieder vorbei Die Welle, die fällt schon wieder vorbei Yeah Ja, solange es so ein, zwei Zombies sind, die nicht neu beleben, finde ich das einfach relativ nice Wenn dann aber natürlich welche kommen, die beleben können, dann kommt das natürlich mega abfuckig Und dann pisst mich das auch schon wieder an Aber mittlerweile haben wir ja ziemlich gute Champions Ach, warum sag ich denn immer Champions, Leute? Mittlerweile ziemlich gute Helden, ziemlich gute Vögelchen Die da relativ viel machen können Ja, okay, er hat so einen kleinen Blitzschild gegeben Das ist jetzt aber unwichtig Wir werden jetzt erstmal den Typen wieder töten hier Hm, bitte kein Kettenangriff, dankeschön So, dann haben wir mal Ja, das ist eine gute Frage Irgendwie kann ich den da oben nicht töten Weil sonst kriege ich mega fett auf die Fresse Wegen Counter Gut Wir können auch versuchen, mit ihr zu entzaubern Ja, ach nee, das stimmt Das ist ja wohl so ein Ding Äh, der Elektroschild, gar nicht der Konter Ach, siehst du, da habe ich mir da ganz was verwechselt Ja, dann ist das natürlich kein Ding Dann ist das kein Thema So, ja Das bisschen Rüstung, weil ich es ja dazubekommen Durch den Schild hilft dann auch nicht wirklich viel So, eine Wave haben wir noch vor uns Schon wieder so kleine zwei Blitz-Typies Da würde ich sagen Auf, auf, kleiner Schwindler Nee, was ist das eigentlich? Ein Assassiner war das, glaube ich Oder wie hieß der? Ja, ich weiß es gerade gar nicht so wirklich genau Ist natürlich peinlich, dass ich das nicht weiß So, sollte der sterben durch meinen Dot? Ja, der stirbt Wunderbar Zack Weg mit dir Uah, alter Sack Gut, die Punkte haben wir schon mal safe Zwei Schnäuzlinge wieder Sehr schön Jetzt sollte er aber auch tot sein Ja, und er ist tot Arme Sau Tut mir leid für euch, dass ihr keinmal angreifen konntet Aber so ist das halt Und wir kriegen wieder unser drei Sternchen Unsere tolle Belohnung Alter, ach, das waren ja drei Wellen gewesen 109.000 Punkte Die Belohnungen sind aber auch manchmal lachhaft Also wirklich, da gibt es ja Anfangs-Items Und manchmal gibt es hier diese Schweinekirschen Die wirklich, äh, endcointed sind Und dann gibt es hier im nächsten Level dann schon wieder Weizen und so weiter Also, schon sehr komisch aufgeteilt Ja, die tägliche Verliese bringt natürlich auch massig Schnäuzling Mit 200 Stück oder so Äh, warum gehe ich denn? Achso, wahrscheinlich gehe ich hier rüber hin, mal So zu der Kiste Ich glaube, die muss ich so oder so besiegen Weil das sieht da schon so stark danach aus Als ob das hier wieder einer von denen Könnt ihr mal aufhören mit den drei Wellen? Es gibt mir lange so viele Nerven Mal wieder so eine gechillte einzelne Welle wäre mega nice Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder Zombies Nein, keine Zombies? Oha Ist ja mega heftig Ähm, tja Okay, werden wir eben mal töten Den Highlights umzubringen hat gerade keinen Sinn Den kriegen wir nämlich nicht down Ach ja, stimmt Okay, schauen wir mal hier einfach den hier töten Ähm, können wir ihren End zaubern? Das wäre echt nice, aber leider nicht Schade Ach, ärgerlich, ärgerlich Ah, die sind schon nicht gerade schwach, die Viecher Muss man sagen So, hier, komm Deine Heilung könnt ihr dir da sonst mal hinstecken Miuu Autsch Ja, gut Nehmen wir mal die Heilung einfach nur Behalten wir mal das Dings noch Ja, komm, ich geh mich nicht auf den Sack Jetzt werden wir doch es dann So, da hat es stimmt, ja, da hat er gar keine Heilung mehr Tja, doof gelaufen, ne Doof gelaufen Oh, wieder zwei Schnäuze Wie ihr seht, einfach gar keine Erfahrung gibt's Ja, dann seht ihr ja schon, wie viel ich eigentlich gefarmt haben muss für die Für das Level Einfach mal mega upfuck viel Das wäre natürlich nice, wenn der jetzt gar nicht heilen würde Aber er heilt Ach, komm schon Gibt's doch nicht Ah, ist entzaubert, wunderbar Das gefällt mir Der ist betäubt Ich weiß gar nicht, hat der gerade Schaden bekommen? Sah nicht so wirklich so aus, wa? So, 250 Leben hat er nicht mehr Sehr schön Er ist ja auch tot Ah, hat sogar noch einen Ketten angefragt bekommen Ja, ja, ich finde unser Team einfach mega genial Die Bahn ist wirklich mega stark So, jetzt greift er uns nochmal alle an Na, Tull Okay, nochmal alle weniger leben Äh, weniger Damage So, kann mir immer so ein Ding verpassen Ach, scheiße, er soll so über den gestorben Das ist natürlich ärgerlich, jetzt, so Ich würde mich eigentlich gerade nochmal heilen So, greift die alle meinen Paladin an Ich glaube nicht, wa? Na, wir lassen wir einen ganz kleinen töten Den kleinen Mini-Me hier Heilt euch gegenseitig, ist kein Ding So, einer ist ein Zauber Das heißt, ich muss den hier mal ganz kurz angreifen Naja, schade, hat die da nicht funktioniert Hat da leider nicht funktioniert Ich glaube, den muss ich erstmal töten Denn der heilen sich nämlich gleich wieder hoch Die heilen so mega ab Fuck viel, die Typen Hm, meine Eingriffskraft ist runter Ich glaube, den kriegst Naja Ach, ein Leben, Mann Das ist so lächerlich Das ist ständig mit einem HP überleben Überlacken So, er will sich wieder heilen Ach, scheiße Ja, mir fehlt diese hundertprozentige Anzauberung Das ist natürlich echt mega, mega abfuckig Deswegen habe ich eigentlich immer die anderen Den Schwindler mitgenommen Gerne Ja, ist die Anzauberung gewesen Hat leider nur eine 15 oder 20 prozentige Chance, was zu machen Wir haben maximale Punkte bekommen Zumindest vom Leben her auch noch Sieht ganz gut aus Ach stimmt, ist noch mal wieder drei Bellen gewesen Ich vergesse sogar, dass es drei Bellen waren Ist der Wahnsinn Und wir haben vier von diesen Kirschen bekommen Die sind noch mega krass aus Auch wenn die ein bisschen komisch aussehen Siehen trotzdem mega krass aus Wenn die ganzen neuen Heilungsdinger Sollten wir uns auch irgendwann mal kaufen Die Seelbeernsaftdrang Zwei oder drei oder so Was da ist Ach stimmt, hier haben wir die nächste Stelle hier Oh, da haben wir ein Stück vom Dings rausgenommen Ein Stück vom Holz Ich habe hier letztens glaube ich auch noch Ein Diesen So ein Schwein gesehen Was hier irgendwo auf einem Feld stand Ich muss das mal ganz kurz suchen Oder bin ich doof Ich habe gedacht Den roten Schwein Das wir brauchen Ja, dieses Level muss ich auch noch mal nachmachen Das ist natürlich doof Ey, die passen sie mir ans Level an Die Gegner Sag mal, wo habe ich den denn gesehen Oder war ich blind Ich glaube, ich hatte irgendwann so ein Riesenschwein So ein Schwein Der zum Beispiel hier ist auf einer von den Magien Irgendwo auf einem anderen Feld gesehen gehabt Aber ich weiß gerade nicht wo Aber vielleicht war es halt das gewesen Hier, wo ich gerade hinfahre Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher Aber ich glaube, ich habe es schon wieder drei Da würde ich mich alle verarschen Ich glaube, ich hatte das noch irgendwo anders gesehen Vielleicht war es auch nur ein Bug auf dem Tablet oder so Aber ich bin mir ziemlich sicher Das sogar auf einer zweiten Welle Äh, auf einem zweiten Feld noch gesehen habe Der blockiert unsere Fähigkeiten Okay, war es mit den Töten Er ist tot, die Runde Aua Aua Und erneut noch einmal auf ihn rauf Zack, da ist der nächste weg Fühlt sich gut Ich glaube, der stirbt gerade so, der Typ Wäre natürlich ganz nice, wenn wir ihn betäuben könnten Naja, schaden leider nicht Ey, diese Damage-Overteilung im Klassen sind wirklich ein Wahnsinn Wir können es aber auch mal heilen Dass die Wutschill jetzt nicht funktioniert Das ist halt so Kann man nichts machen Aua, au, au So Heilen wir noch ganz kurz Von der Bar dann her Heilen wir hier nochmal Ah, sieht das toll aus Es ist immer wirklich toll, wenn irgendwas funktioniert Umso beschissen ist es, wenn irgendwas nicht funktioniert So V-35-3-Saden ist schon mal mit der nächsten Heilung steht Die Heilung des Ziels Mh, was wir den Zauberlehrling töten Sollte eigentlich schon tot sein, genau Denn wenn wir aber beide angreifen, würde ich sagen Den hier und den hier Okay, er heilt ihn ins Land, warum auch nicht Gönnt man sich ja so schön So, bitte den oberen Stun, das wäre echt nice Cool Hat er sogar eine Frage gemacht an ihm Jetzt kannst du dir aufhören zu heilen Das geht mir auf den Sack Schon wieder betreiben Er heilt ihn nochmal, oder? Noch ein Glück nicht Blöder Penner Ähm Nem, 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 nem Ja, genau Ich muss irgendwie diese Entzauberung und diese Verzauberung loswerden Oder ich bleibe einfach noch ein paar Runden hier Welcher ist natürlich mit meinem Dings angreifen Mit meinem Parlein, kriegt er das Leben wieder, der Gegner Ach mein Gott, Alter, bin ich blöd Das ist so mega abpackt, Alter Okay, er ist weg mit dem Dings Hier kommen gleich mal den an Und jetzt sollte das Ding aufwechseln Ne, immer noch nicht, eine Runde noch Von mir aus soll er sich heilen, wenn er Spaß dran hat Schaden kriegt er so oder so von mir Ah, da geht der Typ auf den Sack, ohne Scheiß So, reicht Jetzt hat der wieder der Heilungsblockierung Typ ist sowas von ätzend Gut Ist ja auch egal Das hat irgendjemand von den 92 Leben wiederbekommen Was wirklich sehr sinnvoll ist, weil die einfach mal full life sind So, fertig jetzt mit der Lebensentziehung Das kann doch nicht sein, ey Wie viele Runden bleibt denn die Scheiße, bitte? Da stand zwei Runden noch Und was ist jetzt immer noch eine Runde? Danke Diese Heilungsentziehung ist wirklich krass Deswegen eigentlich, der Schwindler ist eigentlich optimal Also wirklich, er hat Entzauberung auf dem Gegner Und er verteidigt uns auch noch davon Denn er hatte seine Fähigkeit Man kriegt 15% mehr Schaden Und alle Effekte werden bereinigt Alle negativen Effekte Deswegen ist der eigentlich optimal Also eigentlich will ich ihn gar nicht weggeben Aber er hat dann nur wirklich nur ein Single Target Angriff Das ist natürlich das Negative an ihm Wobei es eigentlich gar nicht so schlecht ist Mein derzeitiger hier greift er auch noch mit Single Target Hat aber Damage Overtime da drauf Auf der Klasse Deswegen Ach man, ist doch doof Angeblich so, hey, die Spiele auch gut sind Aber ich finde ihn mega scheiße Also jetzt gerade in dem Zustand Ja, dann würde ich sagen Töten wir ihn einfach mal Wer auch immer da sein soll Zähne Ne, das muss ich dann leider im nächsten Part machen Ähm, würde ich sagen Machen wir ganz kurz eine Pause Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Der nächste Part wird wahrscheinlich jetzt etwas länger Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bye, bye